Mein Name ist Dimitria, ich bin 24 Jahre alt und hier im Master der Politik und Verwaltungswissenschaft an der Uni Konstanz im zweiten Semester. Also ich hatte eigentlich zum Ziel Jura zu studieren, das habe ich mir jahrelang vorgenommen und dann hatte ich mein Abitur in der Tasche und es ging darum, sich wirklich explizit für einen Studiengang zu entscheiden und dann musste ich mich natürlich auch mit dem Aufbau des Studiengangs beschäftigen und dann habe ich einfach für mich festgestellt, dass so wie das Jurastudium in Deutschland aufgebaut ist, das nicht ja quasi meiner Persönlichkeit entspricht, also ich wollte einfach nicht auf zwei finale Prüfungen am Ende hinarbeiten. Und dann habe ich ganz systematisch überlegt, was sind sonst noch meine Interessen, was sind vielleicht benachbarte Disziplinen und habe dann einfach reflektiert, dass Politik schon immer ein sehr großes Interesse von mir war und ich auch aus einem sehr politischen Haushalt komme und dann wirklich ganz systematisch angefangen, Datenbanken durchzugehen und bin dann so unter anderem auch auf den Studiengang hier in Konstanz gestoßen in der Politik- und Verwaltungswissenschaft und habe gesehen, dass da eigentlich meine drei wichtigsten Aspekte sozusagen gegeben waren. Das sind erstens die Flexibilität, mit der man sich im Studium organisieren kann, zweitens die Internationalisierung, die ja gerade in der Politikwissenschaft sehr wichtig ist und drittens auch trotz eines universitären Studiengangs oder Studiums noch einen Praxisbezug zu haben, der hier durch einen verpflichtenden Praxisaufenthalt von sechs Monaten gegeben ist. Am Ende des Bachelors kam natürlich dann die Frage, wie geht es weiter, was mache ich jetzt? Und mich hat aber, oder beziehungsweise ich habe gemerkt, als ich mich dann angefangen habe, mit anderen Masterstudiengängen auseinanderzusetzen, dass eigentlich die für mich wichtigen Aspekte nur am Fachbereich in dem Gesamtpaket gegeben sind. Und daher habe ich mich nach dem Bachelor auch für den Master der Uni-Konstanz entschieden und abgesehen quasi von diesem ganzen Strukturellen war auch einfach inhaltlich alles so überzeugend und zufriedenstellend im Bachelor, dass es mich dazu bewogen hat, hier zu bleiben. Das Besondere für mich ist einerseits die Internationalisierung. Hier kann man einfach aus einem riesigen und sehr vielfältigen Angebot an Partneruniversitäten wählen, sowohl im europäischen Ausland als auch wirklich über Sie. Und das finde ich super wertvoll und super spannend. Was den Fachbereich betrifft, ist das absolut eine persönliche Komponente. Also wir haben ganz tolle Fachbereichskoordinatoren und eigentlich für jeden Zuständigkeitsbereich, also beispielsweise für Masterstudierende, aber auch eine Erasmus-Anlaufstelle, einen eigenen Koordinator für den Praxisaufenthalt im Bettler. Und die sind alle so unglaublich hilfsbereit und offen und man kann jederzeit mit jeder Frage zu ihnen gehen und sie werden einen immer unterstützen. Und es ist wirklich einfach, ja, man kann sich hier einfach nur gut aufgehoben fühlen. Und auch wenn man mal wirklich auf Schwierigkeiten stößt während des Studiums, einem wird immer geholfen und man wird nie irgendwie schräg angeguckt oder so. Und das ist einfach was ganz Wunderbares und Außergewöhnliches. Und das habe ich auch so von Freunden, die an anderen deutschen Unis Politikwissenschaft studieren, noch nicht gehört, dass die Betreuung da wirklich so gut und intensiv ist wie bei uns. Ich gehe Ende August, also schon ziemlich bald, nach Kanada für ein Jahr und habe damit einen der tollen Auslandsplätze unseres Fachbereichs bekommen. Ich gehe in die Nähe von Toronto nach Waterloo und freue mich da auch aus einer fachlichen Perspektive natürlich sehr darauf, weil das inhaltlich, was ich hier bisher schon gemacht habe, einfach sehr gut ergänzt. Und ja, in entfernter Zukunft, ja, wie das immer so ist, man hat Vorstellungen und Ideen, wo es dann letztendlich hingeht, weiß ich nicht. Aber mein Wunsch wäre, in die Politikberatung zu gehen, das heißt in die Beratung des öffentlichen Sektors, weil man da einfach sehr international auch arbeiten kann. Aber an und für sich würde mich auch wirklich der öffentliche Sektor an sich interessieren, also wirklich in der deutschen Verwaltung quasi tätig zu sein. Aber wie gesagt, ich werde sehen, wo mich mein Weg hinführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017